Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Für die deutsche Mannschaft ist es die zwölfte Teilnahme in Folge und das dritte Mal, dass man als Weltmeister teilnimmt. Erstmals seit 1984 verlor die deutsche F2 Qualifikationsspiele. Qualifikation Deutschland absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Gruppe D. Nach der erfolgreichen WM waren Rekordtorschütze Miroslav Klose, Per Mertesacker und Kapitän Philipp Lahm zurückgetreten. Für Lahm wurde Bastian Schweinsteiger neuer Mannschaftskapitän. Aufgrund von Verletzungen kam er aber nur zu vier Einsätzen und wurde dann von Manuel Neuer vertreten. Die deutsche Mannschaft tat sich in der Qualifikation teilweise schwer. Zwar wurden die meisten Spiele dominiert, aber in Polen musste trotz Dominanz die erste Niederlage überhaupt hingenommen werden. Im Heimspiel gegen Irland kassierte sie in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und in Irland wurde erstmals ein Pflichtspiel gegen die Irren verloren. Dennoch reichte es am Ende zum ersten Platz, da sich die Konkurrenten auch gegenseitig Punkte abnahmen. Insgesamt setzte Bundestrainer Löw 29 Spieler ein. Nur Jerome Boateng kam in allen zehn Spielen zum Einsatz. Einmal pausierten Mario Götze, Tonikus, Thomas Müller und Manuel Neuer. Zu ihren ersten Länderspielen kamen in der Qualifikation Karim Belarabi, Emre Ken und Jonas Hekder. Beste deutscher Torschütze war Thomas Müller mit neun Toren, der damit den dritten Platz in der Torschützenliste belegte, wobei der zweitplatzierte Zlatan Ibrahimović drei seiner elf Tore in den beiden Playoffspielen erzielte. Im Laufe der Qualifikation fiel Deutschland, dass nach der WM 2014 auf den ersten Platz der FIFA-Weltrangliste geklettert war aber zwischenzeitlich auf den dritten Platz zurück. Spiele alle Resultate aus deutscher Sicht. Tabelle Vorbereitung Nach der geglückten Qualifikation bestritt die deutsche Mannschaft am 13. November 2015 in St. Denis ein Testspiel gegen Gastgeber Frankreich, das mit 0 zu 2 verloren wurde. Während des Spiels kam es zu Terroranschlägen am Stadion und in Paris. Das für den 17. November 2015 in Hannover angesetzte Länderspiel gegen die Niederlande wurde 90 Minuten vor Spielbeginn abgesagt, da es Hinweise auf einen möglichen Anschlag gab. Am 24. und 25. Januar 2016 fand eine Zusammenkunft der Spieler und Betreuer in München mit Marketingaktivitäten und der Einstimmung auf die EM statt. Am 26. März 2016 wurde in Berlin ein Spiel gegen England mit 2 zu 3 verloren, wobei Mario Gomez mit dem Treffer zum 2 zu 0 erstmals seit der EM 2012 wieder ein Länderspieltor erzielte. Drei Tage später wurde in München gegen Italien mit 4 zu 1 gewonnen. Dies war der erste Sieg gegen Italien seit 1995 und der Sieg mit der höchsten Tordifferenz seit dem Jahr 1939. Für die beiden Testspiele berief Bundestrainer Joachim Löw erstmals Jonathan Tiahar, der gegen England auch zum Einsatz kam. Die eigentliche Vorbereitung begann nach Ende der Bundesliga-Saison am 24. Mai 2016 einen Tag später als zunächst geplant in Asconar. Das Trainingslager fand zusammen mit der U20-Mannschaft statt. Am 29. Mai verlor eine ohne viele Stammspieler angetretene Mannschaft mit vier Neulingen ein Benefizspiel gegen die Slowakei in Augsburg nach. 1 zu 0 Führung mit 1 zu 3 bei teilweise extremen Platzverhältnissen infolge starker Niederschläge. Am 31. Mai wurde der endgültige EM-Kader benannt gegeben, nachdem Bundestrainer Löw den vorläufigen, noch zu reduzierenden Kader bereits am 17. Mai benannt hatte. Am 4. Juni wurde ein letzter Test gegen Ungarn in Gelsenkirchen mit 2 zu 0 gewonnen. Drei Tage später wurde das EM-Quartier im Hotel Hermitage in Evian-Lebens an Genfersee bezogen. Kader Am 17. Mai 2016 wurde ein vorläufiger Kader mit 27 Spielern benannt, der noch auf 23 Spieler reduziert werden musste. Es wurden Spieler von 17 Vereinen nominiert. Am 31. Mai benannte Bundestrainer Löw den endgültigen Kader und Strich Karim Belarabi, Julian Brandt, Marco Reus sowie Sebastian Rudy aus dem Aufgebot. Antonio Rüdiger zog sich am 7. Juni im ersten Training nach Bezug des Mannschaftshotels in Evian-Lebens einen Kreuzbandriss zu und fällt für das Turnier aus. Für ihn wurde Jonathan Tiaha nachnominiert. 14 Spieler spielen in der deutschen Bundesliga, 9 in anderen europäischen Ligen. Mit 5 Spielern stellt der deutsche Meister und Pokalsieger FC Bayern München die meisten Spieler des deutschen Aufgebots. Deutschland stellt zwar nach der Nachnominierung von Jonathan Tiaha den im Schnitt jüngsten Kader, hat aber die meisten Spieler mit EM-Erfahrung. Die zehn spanischen Spieler mit EM-Erfahrung haben aber mehr EM-Spiele bestritten. Trainer Joachim Löw Entrunde Bei der am 12. Dezember 2015 stattgefundenen Auslosung der sechs Entrundengruppen war Deutschland als Führender in der UE-Verwertung in Topf 1 gesetzt. Deutschland wurde als Gruppenkopf der Gruppe C gelost. Gegner sind Nordirland sowie die beiden Co-Gastgeber der letzten EM Polen und die Ukraine. Gegen alle drei hat Deutschland eine positive Bilanz. Gegen Nordirland gab es in 14 Spielen acht Siege, vier Remi und zwei Niederlagen. Beide in der Qualifikation für die EM 1984 als Deutschland zum letzten Mal vor dieser Qualifikation. Zwei EM-Qualifikationsspiele verloren hatte und nur durch sie mehr erzielten Tore die Endrunde erreichte. Der direkte Vergleich zählte damals noch nicht. Vor der Auslosung hatte sich Teammanager Oliver Bierhoff die Nordiren als einen der drei Gruppengegner gewünscht, da er in Nordirland seinen schnellsten Hattrick erzielt hatte. Deutschland und Nordirland sind auch Gruppengegner in der nach der EM-Beginenden Qualifikation für die WM 2018. Qualifikationsgegner Polen war. Zuvor 20 Mal Gegner, 13 Spiele wurden gewonnen, sechs endeten Remi und nur eins wurde verloren. Gegen die Ukraine wurde dagegen zuvor noch nie verloren. In fünf Spielen gab es zwei Siege in Heimspielen und drei Remi in der Ukraine. Vier davon fanden im Rahmen der Qualifikationen für die Weltmeisterschaften 1998 und 2002 statt. Deutschland hatte zuvor sechs Mal in Paris und vier Mal in St. Dennis aber noch nie in Lille gespielt. Nach dem Auftakt-Sieg gegen die Ukraine, bei dem der in der 90. Minute eingewechselte Bastian Schweinsteiger in der Nachspielzeit das Tor zum 2 zu 0 in Stand erzielte, trat die deutsche Mannschaft im zweiten Spiel gegen Polen auf nur einer Position verändert an. Der wieder einsatzfähige Mats Hummels ersetzte Skodran Mustafi, der im ersten Spiel das erste Tor erzielt hatte. Nach der torlosen Partie änderte Bundestrainer Löw für das dritte Spiel gegen Nordirland die Aufstellung auf zwei Positionen. Joshua Kimmich kam für Benedikt Höwedes auf der rechten Außenverteidigerseite ins Spiel und interpretierte die Rolle offensiver, was das Angriffsspiel belebte. Zudem kam Mario Gomez für Julian Draxler ins Spiel, übernahm aber die Position von Mario Götze, der ins Mittelfeld rückte. Gomez war es dann auch, der nach Vorarbeit von Thomas Müller das einzige Tor des Spiels erzielte. Da die Polen auch nur 1 zu 0 gegen die Ukraine gewannen und damit insgesamt ein Tor weniger erzielten als Deutschland, wurde die deutsche Mannschaft Gruppensieger. Gruppenphase K.O. Phase Als Sieger der Gruppe C traf Deutschland im Achtelfinale am 26. Juni 2016 um 18 Uhr in Villeneuve DASCQ auf den dritten der Gruppe B, die Slowakei. Gegen die Slowaken gab es zuvor in zehn Spielen sieben Siege und drei Niederlagen, zuletzt bei einem Vorbereitungsspiel vor der EM in Augsburg mit 1 zu 3. In zwei Pflichtspielen gewann die deutsche Mannschaft. Nach einem ungefährdeten 3 zu 0 Sieg trifft Deutschland im Viertelfinale auf die italienische Mannschaft. Gegen die Deutschland bei der vorangegangenen Europameisterschaft im Halbfinale verlor. Gegen Italien gab es in bisher 33 Spielen acht Siege, zehn Römi und 15 Niederlagen, aber noch keinen Pflichtspiel-Sieg. Beim letzten Freundschaftsspiel im März gelang aber einer der beiden höchsten Siege gegen die Italiener, die fünf Tage zuvor ein 1 zu 1 gegen Spanien erreicht hatten. Frankreich oder Island sind mögliche Gegner im Halbfinale. Prämienregelung Wie bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wurde vom DFB für jeden Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft die Rekordprämie von 300.000 Euro für den Titelgewinn ausgelobt. Für die Teilnahme am Endspiel beläuft sich die Summe auf 150.000 Euro. Ein Halbfinaleinzug würde mit 100.000 Euro und das Erreichen des Viertelfinals mit 50.000 Euro pro Spieler honoriert. Bei einem Scheitern vor dem Viertelfinale entfallen Bonuszahlungen durch den Verband.